Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, ich bin zu euer Odo und wir sind zurück bei 7MAX. Okay, das letzte Mal sind wir herumgefahren und haben Süßigkeiten besucht. Ähm, ich hab keine Ahnung. Aber ich nehme mal an, dass es hier irgendwo Süßigkeiten gibt. Ah! Warte mal, kann ich sagen, dass das ist? Okay, ähm. Oh, da können wir uns nehmen, ich nehme das. Ah! Das ist jetzt wahrscheinlich, oder? Können wir gehen, ohne dass wir es zahlen müssen? Das Spiel müssen wir offensichtlich zahlen. Aber bei den Candys hat er nicht gesagt, dass wir es zahlen müssen. Wieso gehst du nicht so rum? Ich kann dann anders sehen, jo. Oh! Ah. Okay. Das heißt, wir brauchen Geld. Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Vielleicht können wir dem Koch die Fische verkaufen. Hm. Hm. Es ist ein großartiges Auto. Was ist das da? Was? Was muss ich machen? Ah, wir können springen. Wir haben einen Score von 25-30. Ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung, was ich tue. Max survives to everyone. Max get eight bonus seconds on this next level. Okay. Ich habe, wie schon gesagt, keine Ahnung, was ich hier tue. Okay. Max survives to two. Okay. Okay. Ah. Ich verstehe. Es gibt Ruhe und Niedrige. Oh Gott. Ah. Ah. I get it. Sogar 13 Bonus Sekunden für das nächste Level. Oh. Oh. Okay. Dieses Spiel ist einfacher als gedacht. Hoch. Hoch. Okay. Ich nehme eins zurück. Glück. Das war jetzt nicht mehr ganz so gut. So. So. Next Level. Okay. 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 Wir fahren einfach nirgends dagegen. Wir fahren einfach nirgends dagegen. Hm. Haben wir gut gemacht. Und wieder 12 Bonus Sekunden. Yay. Gibt es auch eine Möglichkeit, wie man nicht gewinnt? Okay. 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 Da kommt jemand rein und will was von mir. Ja, na klar. Nur weil ich das aufnehme, heißt das nicht, dass du nicht kommen kannst. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Im Übrigen. Ich fahre einfach an den Schildern vorbei. Und komme dadurch ins Ziel. Was brauchst du? Äh. Morgen? Nein. Weil. Am Sonntag. Ja. Was? Ja. Klar. Aber am Sonntag werden wir wegfahren. Okay. Okay. Ich mache das gut. Was? Äh. Wahrscheinlich irgendwo weiter weg. Ich weiß noch nicht genau. Ich mache das gut. Ich mache das gut. Da wird es, kann ich mir die Okay, kommen wir irgendwann mal an auch? Na ja, gerade noch geschafft. Eine Bonussekunde für den nächsten Level. Na gut. Ich glaube das könnte gewesen sein. Na ja, andererseits. Ich habe keine Ahnung, wie weit das geht. Ähm, ja. Okay, okay, okay. Jetzt ist es los. Ich habe keine Ahnung, wie ich dem jemals ausweichen soll, Alm. Aus. Au, au, au. Max runs out of time on level 10. Okay. Was bedeutet das? Heißt das, wir haben Geld gekriegt? Gut, wo könnten wir Geld herkriegen? Wir könnten Geld vielleicht hierkriegen. Wir könnten Geld hierkriegen. Könnten wir Geld hierkriegen? Ich glaube nicht. Eigentlich nichts. Wollen wir jetzt erst nach Hause schauen und schauen, ob wir Geld finden? Vielleicht ist das... habe ich irgendwas übersehen? Vielleicht geht es ja dann auch irgendwo hin weiter. Aber es schaut irgendwie nicht so aus. Ich möchte nicht mehr hin. Uh, nein. Wo ist das entgegen? Hey, ich glaube nicht, dass Herr Bosco Voluntarisch gebt, seine Geld. Oh. Ich bin echt verrückt! Ein Kog und ein Rabot! Oh, schrecklich! Max, der smartass Kind denkt nicht, dass wir schrecklich sind. Was denkst du über das? Das sagt ihm ein bisschen, buddy. Ich denke, der Punk hat eine wertvolle Lehre gelernt, Sam. Ich auch, Max. Ich wusste nicht, dass die Lauf-Lieb komplett über die Hüte strechen könnte. Wahnsinn! Oh, das hat doch keiner gekriegt, nein! Finde ich gut. Das hatte ich vorher noch nicht bemerkt, dass ich das machen kann, aber gut. Können wir da nach hinten gehen? Nein, wahrscheinlich nicht. Okay, jetzt hier. Können wir danach weiter? Nein. No way. Okay. Das ist interessant. Okay. Gibt es noch irgendeinen anderen Ort, wo ich hier hingehen kann? Hm? Hoffentlich nicht. Okay. Ich bin noch immer da rein, kid. Da, der 있는데 ... nochmal vielleicht! Was? Gibt es nicht? Wird das nichtاخạbringen? Was? uncomp athletics ist? Betrachten wir nicht! Nоты? Oh. Okay, also da gibt es offensichtlich kein Geld. Schauen wir mal, ob wir da drinnen welches kriegen. Kann wir jetzt offensichtlich gehen? Kann wir jetzt offensichtlich gehen? Stairs An Egress Ich kann mich wieder erinnern, das war da irgendwie drinnen. Das ist gut, das freut mich, sowas zu hören. Ich wusste doch, dass ich irgendwo kriege. So, damit können wir jetzt das Zeug kaufen. In den... In den... Ha, wir sind so gut. Wir sind so gut. Dann fahren wir gleich da her. Ich hoffe, da gibt's das, was wir suchen. Ja. Ja. So, sprechen wir mal mit ihm. Und zahlen wir das Zeug. Hey, nice hat. Wir alle bekommen einen, wenn wir schnacken sind. Aber genug über mich. Was kann ich für dich machen? Ich würde das kaufen. Hast du Geld? Natürlich. Hier. Will das alles für dich heute? Ich nehme auch diese schreckliche Merchandise. Was kann ich mir sagen? Was kannst du mir sagen? Es ist viel Spaß bei Hause oder auf der Straße. Nichts anderes? Nichts. Du hast keine Ahnung, wie oft ich das höre. Was willst du eigentlich? Ich habe so viel rausgegeben. Okay. Können wir das benutzen? Ist das auch ein Minispiel? Ist das auch ein Minispiel, oder? Ah, das ist Schiffe versenken! Bitte, setz dich deine Hälfte an der Straße, Doofus. Ch羽 Greenpowder Master Temψier. Das hier ist schwarzer Geräusch. Nehalfer Malé. Ich habe sie nicht gehört antes. Ich habe sie nicht bereit, nicht recht. Dez dich um das STM mit zuissen. Ich habe Tegeloft so phải maravilert, Ah, das sind fein. Ich stehe da die nebeneinander oder nicht? Miss! Trampoline! Trampoline! Since I've already tried that shot, I'll let the computer pick one. Miss! Go again, you knucklehead! Miss! 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 Okay, dieses Spiel ist tot. Wir werden das nicht nochmal spielen. Ich habe seinen Horde gekillt. Ich frage mich gerade, ob der Computer sich eher nebeneinander stellt, aber wahrscheinlich eher nicht, oder? Vor allem, bis wir den VW-Käfer getroffen haben, ist es ja... Der kann ja überall stehen. Vielleicht sollte ich... Ah, ich glaube, jetzt mache ich seinen Dienst. Seinen Wohnwagen. Trailer heißt das auf Englisch. Es ist totaler Zufall, wenn die Dinger nebeneinander stehen können und... Ah, nein! Mal abgesehen davon... So, der Zweier fehlt, glaube ich, noch, oder? Und der Einser. Oh Mann. Hey, ich habe den Käfer erwischt. Das heißt, es ist nur noch das Zweier Auto da. Dadurch wird es etwas angenehmer, weil... Oh! Mess! 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 Dafür habe ich diese Dinger. Okay... Dann machen wir das doch gleich nochmal. Da gibt es viele Möglichkeiten. Mess! 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 Of course you realize, this means war! Okay... Mess! 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 Oh! Also machen wir das doch gleich nochmal. Say, is that smoke coming out of your ears? Mess! 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 Miss! 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 Hit! Okay... Dann... Ha! Ich bin getroffen! Miss! 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 Das war's! Halt! You've forged my taxes! Ich win! Wir haben gewonnen! Okay, gut. Das war's! Lord, ich bin so zufrieden von diesem Dribbel. Ja, bin ich wirklich! Das war ein Fehler zu kaufen. Es ist eine Box von Pecan-flagenden Kandien. lasst uns rausgehen und lasst uns zurückfahren zu dem typ zum love tunnel in den schwan ich habe schon befürchtet ich muss noch einmal irgendwie rein kommen wir haben die candys für dich ja okay der date bevor today ist yesterday warum ist bruno überhaupt in es Sie sahen so glücklich wie eine selbst mutilierte Parodie von Natur kann sein. Aber sie kann nie wirklich glücklich sein, bis ihr Lieblingsbruder Bruno ist frei. Endlich, sie hat sich entschieden, etwas zu tun, um Bruno's Predicament zu machen. Sie beckte Flambe, den Feuerbreder, um den Bigfoot aus seiner eisigen Kugel zu retten. Flambe nahe Tricksie und brüttete Bruno. Und die glücklichen Gruppe hat noch nie gesehen. Das heißt, Flambe hätte eh etwas gewusst. Ja, ich bin begeistert. Ich würde ganz gerne mit Flambe drüber reden. Also setze ich einmal an, ich würde gerne mal ihr Lieblingsbruder zurückbringen. Hier ist es auch, Flambe. Hier ist es Bruder, von einem Rätten bidet. Wurden Sie, bitte sind ein Scherz? Nein. Das Ei, anderen! Der Besegelt, hat dich zu fragen, Bruno. Sie hat mich mit deinen Feminen Wirdi. Sie hat sich auch gesagt, Sie trittet ihr 20$. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Alles klar, richtig? Entschuldigung, aber ich weiß nicht viel über dich. Ich bin eher ein Mumble-Fan. Alles was anderes? Okay. Such a cute... Okay. Okay. Okay, dann... Hey, da ist ein neuer Kostüm in hier. Uh, Kostüm! Keine Ahnung, ob wir das brauchen. Steh! Das ist ein Gator-Golf-Emporium in Rumi-Eyes, Florida. Gator-Golf! Yes! Oh, Kätzchen. Mach rein. Okay. Wir können sie nicht nehmen. Schade. Wir können das Bett nicht benutzen, oder? Ich wette, ich habe wieder irgendetwas vergessen hier. Das heißt, wir sollten zum Gator-Golf schauen als nächstes. Oh. 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 Okay. Okay. Das heißt, ich... Okay. Soll sein. Ich habe keine Ahnung, wofür ich all dieses Zeug brauche. Aber bevor wir uns das Gator-Ding anschauen, machen wir Schluss für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann. Tschüß. Nee, ich habe nichts geschiktet. Die. Gitar. Drei. Gott. Die. Die. Untertitelung des ZDF, 2020